x return from the moon oman transfer zum tage create gut jetzt muss natürlich gucken dass wir am moon nicht so hart daran vorbeitingeln sprich wir geben mal weniger gas hoffnung dass wir dann nun fly by haben das reicht dicke aus look at it aber sowas von das fliegen wenn er mich okay und dann execute this note als nächstes ich will das natürlich nicht komplett durchstation aber ich glaube das geht ganz gut klar so hätte ich jetzt geflogen man könnte sogar noch weniger nehmen gucken wie langsam wir denn dann da eine stunde elf bis drei stunden ja also drei stunden genügt auf jeden so und dann sage ich einfach mal bei zu körben und hallo zum moon der jetzt gleich hier wieder auftaucht das ist nicht der moon das sind wir um sechs minuten okay ich wollte schon sagen uns fliegt er nämlich in die atmosphäre aber nein diesmal nicht wir sind am horizont vorbei also minimal aber solange wir am horizont vorbei sind fliegen wir nicht zurück in die atmosphäre da ist der moon und dann kann es losgehen sage ich es einfach mal so genau dann haben wir immer noch 1600 dass das genügt diese modifikation könnte dazu ausreichen obwohl ah ich sehe gerade er geht schon an die nächste stage ran dann ja gut wir haben mehr gewicht ist eigentlich logisch hat er das jetzt gestagt so das musste manuell erfolgen weil es nicht in der nächsten stage mit vereinbart war aber das passt schon zwar natürlich einen kleinen zeitverlust gehabt das wird es dann wohl nicht so genau werden ja guck das genügt und wir haben noch 1600 meter die sekunde für ein orbit beim moon landen und wieder aufsteigen auch nicht schlecht gut moon peri abs ist genau da manöver hinzufügen abbremsen jetzt die frage wie viel bremsen uff ok bei 190 meter ok das ist im grünen bereich danach können wir uns überlegen ob wir landen wollen oder nicht execute next node ok jetzt bringt er uns eigentlich am stück von hier direkt in den orbit bei moon die mac jab was eigentlich ziemlich cool ist ja ich habe es jetzt schon öfter gesagt aber ich sage es noch mal in der dritten season habe ich mir vielleicht mal verdient mac jab ein teil der arbeit machen zu lassen wir haben ja nicht mehr allzu viel zeit für diese season weil wenn ksp 2 kommt werde ich hier das game erst mal so liegen lassen klar kann man es immer noch fortsetzen aber ksp 2 ist dann natürlich interessanter so komm dann mach mal renn uns in einen zauberhaften orbit das sieht doch mal cool aus oder ich mein ja nur so dann haben wir noch 1500 also das ist jetzt wahrscheinlich genug um auch wieder zurück zu kommen jup 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 und wir sind im orbit natürlich sind wir im orbit all right dann müssen wir jetzt natürlich gucken wo wir landen wollen ohne so viel sprit zu verbrauchen also gefühlt sinnvoll und geil wäre es ja wenn wir jetzt versuchen sollen wir direkt in einem krater landen nein wir müssen erstmal eine generelle landung hinbekommen dann schauen wir mal wie gut es aussieht das ist in drei stunden das ist in einem tag also wenn wir jetzt hier sind manöver hinzufügen nee ich liebe eigentlich an der periapsis äh apoapsis manöver hinzufügen das muss alles spritsparend geflogen werden deswegen okay das war zu viel gebramst aber wir können die periapsis so niedrig wie möglich halten naja das ist zu niedrig gerade 25 kilometer an der apoapsis alles klar execute du 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 es finde es immer noch faszinierend dass man trotzdem wissen muss muss was man da gerade tut weil macjab macht halt nicht alles automatisch oh wow looking good so dann tue mal bei drei fängt er an wahrscheinlich unten hätte ich genauso gemacht sweet okay dann machen wir dasselbe vielleicht noch mal bei der periapsis ist die frage macht es sinn hier nochmal abzubremsen oder kostet uns das zu viel sprit naja eigentlich können wir zur landung ansetzen und jetzt 46 meter jahre ist es eigentlich aber da ich im hellen land will natürlich sinnig ja so hier ist dann die periapsis vier kilometer das ist ein bisschen wenig zehn kilometer ja okay dann gehen wir da nämlich runter alles klar execute next und dann überlege ich jetzt gerade ob wir da nicht macjab landen lassen oder nicht wir könnten es probieren ich weiß ja nicht wie gut er das macht aber wir müssen es antesten logisch sonst wissen wir nie wie gut er das macht das heißt dass wir die letzte note sein und danach brauchen wir landing guidance so das brennt er uns jetzt gleich schön weg neun sekunden und dann schauen wir dass wir im hellen landen sprich nicht land somewhere sondern land right there dann haben wir noch 1000 meter die sekunde jetzt kommt der spannende moment danach wie viel wieder verbrauchen um zu landen aber er fliegt es wirklich millimeter genau das kriege ich mit der hand fast gar nicht hin das macht er halt echt gut das muss man sagen da genauer geht es fast gar nicht mehr übel okay dann sage ich ihm nämlich jetzt er soll am rand von diesem krater landen oder so dann schauen wir mal ob das so funktioniert pick tarjay on map wir könnten sogar da drin landen aber eigentlich will ich das eher nicht so 0,8 grad midlands highlands midlands east crater ja east crater klingt natürlich eigentlich geil wir versuchen im gerade zu landen okay landing guidance land at tarjay und dann schauen wir mal ob er das ordentlich macht okay er arbeitet schon das ist schön dann bin ich gespannt haben wir gesagt er soll deploy parachutes nein deploy landing gear ja okay jetzt bin ich gespannt ob er die landung schön hinbekommt mehr als gespannt und ob wir dann noch genug sprit haben aber ich denke ja mag jab sollte das eigentlich echt ganz gut hinbekommen 500 meter müssen wir raus brennen aktuell um im krater zu landen aber diese grafik mod ist sowas von awesome das sieht so geil aus okay ich bin gespannt weil wir brauchen natürlich noch zeug um zurück zu kommen und wenn er jetzt natürlich ach ach ist grenzwertig aber ja wir haben gar keine andere wahl wir müssen so landen so der rest wenn er die umlaufbahn rausgebrannt hat sollte sollte vielleicht noch reichen aber ich vermute ich muss per hand zurück zu körben fliegen oder zumindest hier mal wieder in orbit fliegen okay wo ist der krater wo er landen will oder sind wir schon drin oh ja wir sind quasi schon drin ja ostkrater space low da steht es auch so 100 meter die sekunde ja die kann er wegen mir noch raus brennen ich meine er muss jetzt nicht punktgenau da landen hauptsache er landet überhaupt und das sieht gut aus jetzt geht aber ab das kenne ich doch noch von früher das habe ich ja auch mal gemacht okay du musst es jetzt nicht so genau nehmen guck mal jetzt schwebt er da rum okay und er lässt uns fallen wo ist der schatten jetzt mal im ernst ohne den könnte ich jetzt mal so nicht landen ich sehe nicht ach da da ist er okay cool ja man und tatschen sie down gediechen sehr schön so weit so gut okay solar panels werden auch sinnvoll gewesen erst der meilenstein suborbitaler raumflug oberfläche auf dem moon gelandet sehr schön so dann können wir jetzt hier glaube ich erst mal ein paar experiments raushauen das ist keins aber das hier 40 seien das haben wir hier druckdaten nothing 48 seien temperatur protokollieren 32 seien wir könnten es zurückschicken wir haben auch batteries dabei aber halt keine paneele was sau dumm ist material untersuchung ausführen 100 seien das ist ja great so jetzt können wir natürlich gucken dass wir jebi da rausholen kann ich die türen schließen jawoll denn die daten sind immer noch da korrekt jawoll gut haben wir noch was dabei ich glaube nicht ne so dann hoffe ich er kickt das ding jetzt nicht um wenn er da raus steigt aber halt wir haben ja noch crew report crew bericht jawoll 20 seins dann lichter an kosten die strom nein hervorragend wenn ich jetzt das ses an mache kostet es jetzt auch keinen strom nur wenn ich was verändere aber es ist mir sicherer wenn ich jebi jetzt einfach mal oh two space no okay ich hoffe wir kommen wieder ins schiff danach so da ist er dann auf jeden fall flage aufstellen das visier ah oberflächenprobe nehmen so 32 seins oberflächenprobe nehmen jawoll steinprobe die haben wir ja die haben wir dann wo sehe ich denn was er jetzt da dabei hat eigentlich gar nicht ne visier senken okay das kommt auch gut die sonne ist zwar noch nicht so oh no das findet er nicht lustig okay warum auch immer dann auf jeden fall die flagge aufstellen zack bäm hoffentlich zerreißt sie nicht die ist sehr nah am schiff jawoll das sieht doch gut aus moon landing eins debbie was hier okay so das haben wir genommen das haben wir genommen das haben wir ja im inventar das fallschirm ne äh was ladungsteil ja das eva okay und persönlicher fallschirm da steht es doch drüber eva jetpack okay gut die proben haben wir genommen wir könnten jetzt da drauf klettern das machen wir aber nicht schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um und dann hoffe ich dass wir da oben irgendwie wieder reinkommen ne weil wir müssen ja wieder weg alter dieses scattering diese steine alles voll geil ja er ist voll gut geworden grafisch okay gut dann eva nein rcs 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 Untertitelung des ZDF, 2020